Oh Gott! Du bist ja noch nie mit mir Auto gefahren, oder? Ich glaube noch. Aber es geht gut noch. Ich muss erst mal gucken, wie die Kurvenlage ist. Bei der Geschwindigkeit ist die Kurvenlage top. Aber es ist extrem cool nach vorne. Das ist jetzt 70. Nein, ich kann doch nicht. Das war meine Grenze. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater Türke. Das Türkische kommt manchmal schon in mir raus. Ich möchte, wenn ich im Auto ein bisschen entspannt hinsitze und so. Und das geht nicht. Ich krieg das. Ich krieg das eh. War doch gut, oder? Ein bisschen abgehackt, aber... Zieh mir noch einmal in die Augen, Baby, bevor du gehst. Ich werde es erst glauben können, wenn du nicht mehr f***st. Halt! Okay! Ist aber okay! Auf! Komm auf! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Leute töten und alle. Ach du Scheiße! Sorry, sorry! Nee, ich habe gedacht, ich kann es schneller fahren. weil ich dachte, ich krieg's hin, aber hey, Scheiße. Da haben sich mal zwei Kameramänner in Sicherheit gebracht, würde ich sagen. Alter, Vater, ey. Ich wollte euch nicht Angst machen, aber... Das war, weil der Kameramann vorhin gesagt hat, ich seh aus wie ein Mädchen. Jetzt hab ich dir gezeigt, was ein Mädchen machen kann. Scheiße. Alter, man hat ja gar keine Kontrolle. Bei 50 war das noch okay, aber bei 70... Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkrieg. Ich hab' doch gelernt. Er legt mich am Arsch, ey. Wollt ihr noch einmal? Naja, ich mach so lange, bis ich was verrecke. Ich bin scheißegal. Scheiße! Oh, Gott! Ach, du Scheiße! So nass! Scheiße! Oh, nein! Oh, nein!